und damit herzlich willkommen ihr lieben knirche zu diesem neuen video hier auf meinem channel ihr habt wie immer schon wieder lange nichts von mir gehört das liegt wie immer daran dass ich einfach mega viel zu tun habe beruflich viel machen muss beziehungsweise sehr sehr viel eingebunden bin und dadurch einfach nicht dazu kommen videos aufzunehmen und diese zu bearbeiten und ich möchte ja mittlerweile ein bisschen mehr qualität abliefern auf dem channel deshalb arbeite ich meine videos viel ich schneide auch viel so dass für euch in den let's play ist oder in den gameplay videos in den zusammenschnitten der besten 10 zum beispiel war so immer auch interessante dinge für euch zu sehen sind die wirklich wirklich interessant sind und spaß machen und vor allem nicht langweilig werden und deshalb dauert das natürlich mittlerweile alles ein bisschen länger diese videos für euch zu machen bzw zu produzieren und zu schneiden einfach weiß ein bisschen aufwändiger ist den ganzen kram den ich so mache nichtsdestotrotz habe ich dieses infovideos jetzt hier für euch am start um einfach zu erzählen dass es auch noch eine neuigkeit gibt nämlich instagram jawohl ihr habt richtig gehört ich habe jetzt auch eine high risk youtube seite auf instagram ganz einfach zu finden indem ihr auf instagram solltet ihr das noch nicht haben könnt ihr euch im play store oder im app was weiß ich wie der store heißt könnt ihr euch das runterladen und wenn ihr euch das runtergeladen habt ist alles kostenlos euch dort einen account gemacht habt dann könnt ihr mich in der suchleiste ganz einfach suchen und gibt dort einfach high risk unterstrich yt ein sowie hier gerade zu sehen ihr seht dann auch schon mein profil bild könnt euch die stories von mir angucken nicht so täglich da poste da kommen immer sachen wie zum beispiel was mache ich so tagsüber ich poste immer mal mein essen weil ich einfach bock drauf habe und so also so eine geschichten kommen dann immer mal da und natürlich poste ich auch täglich ein bild einfach so gaming nerd zeugs den ich so am start habe wo ich sage okay das ist interessant das ist cool das möchte ich mit mit euch teilen ich poste auch immer mal kleinere clips aus meinen videos aus meinen let's plays und das könnt ihr euch dann auch sehr sehr gerne anschauen das sind meistens so geile sachen wie eine verfolgung sequenz mit nemesis zum beispiel oder eben einen geilen trickshot bei war zone oder sonstiges also ich post hier eine ganze ganze menge und gerade so von gaming und nur zeug hier zum beispiel eine coole autofelge mit need for speed oder beispielsweise meine playstation 1 mit so ein paar klassischen playstation 1 titeln oder aber in der natur warum denn auch nicht findet man immer mal den controller an der straßenseite liegen ist auch was feines ja wie dem auch sei oder hier mein heutiger post meine tombrader sammlung die bin ich gerade am sammeln deshalb ist das noch nicht allzu viel aber so ein bisschen was so ein bisschen gedöhnt halt eben wenn ihr euch dafür interessiert dann würde ich mich freuen wenn ich euch hier in meinen abonnenten dort begrüßen darf wir haben mittlerweile schon 131 stück davon ich poste dann auch immer meine videos in den stories oder auch neue projekte ankündigungen also ihr erfahrt auch sehr sehr viel rund um youtube über instagram deshalb wollte ich euch das einfach mal sagen ich hoffe das hat euch gefallen ich hoffe ihr lasst vielleicht ein abo da ist alles wie gesagt kostenlos und ich hoffe dass wir uns bald in neuen videos wiedersehen ich arbeite fleißig dran nehme mir jede freie zeit die ich habe dafür um euch wieder coole videos zu produzieren viel zeit geht natürlich mittlerweile auch in den instagram instagram account von mir weil ich einfach mega lust habe so so coole bilder zu machen wie das hier ich habe da einfach wirklich wirklich lust und spaß dran und deshalb mache ich das gut das war's für diese folge wieder oder für dieses video ich wollte euch nur mal ein kleines zwischenupdate geben ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wieder und bis dahin macht's gut haut rein und vielen dank fürs zusehen ciao